Willkommen zurück zu Kirby's Adventure Wii. Wir beenden es heute jetzt hier. Nacho Nervenkitzel. Es geht los. Ganz schnell einfach hier durch. Hm, 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 hm. Flup. Kleine Abkürzung. So funktioniert es am besten. So stellt sich einem normalerweise gar nichts in den Weg. Nicht mal hier dieser kleine Gegner kann uns jetzt noch etwas anhaben. Nicht wahr, du? Hier. Flup, die Wub. So. Damit hätten wir eins geschafft. Und jetzt rennen wir uns hier in Felsbrocken hinterher. Das ist gar nicht gut. Nimm die Fliege mit. Nimm die Fliege mit. Dankeschön. Auf Wiedersehen. Hier ist der Zweite. Das geschieht mir immer und immer wieder. Aber ich habe die Maxi-Tomate bekommen. So gesehen ist noch alles okay. So. Unser First. Zahnrad. Plus ein extra Leben. Das wir auch gebrauchen werden im nächsten Raum. Ich hatte eine kleine Fail-Aufnahme. So viel kann ich schon mal erzählen. Aber nun. Werden wir es schaffen. What the? So. 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 Mist. Das war dumm. Na los, jetzt komm hier. Oder wenigstens. Das ist halbwegs. Nicht wahr? Scheiß Vieh. So. Oh, Double Food? Das ist gut. Sehr gut, der hat sich selbst verdichtet. Dann müssen wir ja nichts mehr tun. Aber jetzt. Jetzt wird es meiner Meinung nach schwer. Ich stelle mich gerade gut an. Puh, eine richtige Treppe. Hopp, hopp, hopp. Richtig gut. So. Zauberzahnrad Nummer 2. Und weiter habe ich nicht gespielt. Ich weiß ab jetzt gar nichts mehr. Außer, dass ich vorsichtig sein soll. So. Ich glaube, ich brauche dich. Das ist so ein Instinkt. Da unten ist ein Hot Dog. Den hätte ich wohl... Liebend gerne. Dann los. Geh nach oben. Die sind so wie die Aale aus der penetranten Wasserwelt. Da ist wieder einer. Nur ich glaube, dass sie auf jeden Fall mehr Damage machen. Machen wir es. Ups. So. Ne. Lecker. Die linken ging. Lass mich in Ruhe. Das hier können wir auch so kriegen. Das wiederum nicht. Dann friss doch mal. Und dann gehen wir hier rein. Das war dumm. Versuchen wir es doch gleich von vorne. So. Let's go. Okay. 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 Das wieder nicht. Das. Rechtzeitig. Und dann. Hier. Mal sehen, ob ich es schaffe. Es sieht komplizierter aus, als es ist. So. Aber es fehlen ja nur noch drei Zahnräder. So schlimm ist es also nicht mehr. So viel haben wir nicht mehr zu tun. Das hier. Das hier. Das hier. Das nicht. Das war dumm. Ja. Man muss es können. So viel steht fest. Das ist zum Lernen. Aber ich habe es ja weit geschafft eigentlich. Muss ich zugeben. Nicht wahr. egal. Ja. Ich mag dich auch. Aber du musst mich nicht gleich fressen. Ich habe mir gedacht, ich bin jetzt der Gegner unten. Hopp. Okay. Der bleibt vor der Wand stehen. So viel habe ich verstanden. Dann wäre das ja egal eigentlich, wann ich den Knopf aktiviere. Ich habe gedacht, das muss perfekt stimmen. Muss es nicht. Oh. So. 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 Warten wir. Auf Wiedersehen. Oh. Und. So liebenswürdig. Willkommen wir natürlich noch ein extra Leben. Tschüss. Hat nicht wirklich lange gedauert, meiner Meinung nach. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich finde, es hat nicht lange gedauert. Essen. Nam nam nam. So, wie sieht es denn hier aus? Kriegen wir hier wieder die Ultrafähigkeit? Na klar. Ich glaube, das wird jetzt noch was. Schneeball. Und diesmal müssen wir kegeln. Kegel. Essen. Und... Essen. natürlich hier auch wieder hoch hier gehe ich einfach unten lang ich glaube ich leichter ist oben oben hätte es so eine belohnung gegeben ne brauche ich nicht auch egal hier geht's hoch und die gibt es weiter nach oben da bitte bitte da bitte da 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 und wir haben einen vulkan ausbruch ausgelöst nehmen wir haben wohl kann eingefroren und die special welt ist geöffnet ich werde die special welt jetzt spielen aber ich werde meine schwester holen damit sie mir beim vogel helfen kann ich habe nämlich kein bock zu sterben nicht wahr du böse wand das wäre irgendwie gut genauso wie wenn ich dich vernichten würde die wand wird schneller desto in der nähe wir sind und wenn wir nicht in der nähe der wand sind dann wird sie längsamer an die leute die es noch immer nicht verstanden haben wieder mit der wand so ist damit sie uns nicht zerquetschen kann das ist das gute an der wand also quetschen kann sie uns trotzdem aber nicht so gut eben ich glaubte wir jetzt genug gesagt gesagt getan hier durch okay schießwand ja ich werde hier kurz die aufnahme stoppen damit ihr meine schwester nicht hört oder so ne ja ich muss hier kurz die aufnahme passieren und dann bis gleich ja Das war's für heute. Das war's für heute.